ach man, können wir kaufen 20 oder so, genau 20 reichen uff, das wird aber echt, das wird witzig ich hoffe, dass wir das irgendwie noch packen können da plus 7 25 ja, das wird lustig, das wird lustig, das wird lustig so plus 7, super komm, mach das nicht auch noch plus 7, dann bin ich happy hä what the fuck ach, wow alles klar plus 7, machen wir gleich plus 8 ok so, Effekt von plus 7 ist, ich glaube, irgendwie genauso hoch ich glaube, ich 1% mehr Attack oder so ja, irgendwie so in eine Richtung ähm, probieren wir es nochmal ich hoffe halt schon, dass da irgendwie jetzt reinkommen 45, wir haben halt immer noch nicht genug Scheiße wobei es mich gerade exakt ein bisschen irritiert, dass ich da jetzt gar nicht rein, also dass da halt irgendwas deaktiviert steht und jetzt deaktiviert ja, aber was heißt das deaktiviert? ich hoffe es ist einfach nur irgendwie beschissen beschrieben weil wenn es halt wirklich komplett deaktiviert wäre aus was weiß ich, irgendwelchen Gründen wäre es natürlich schon wieder ziemlich uncool aber gut naja, ich würde sagen, dann leveln wir einfach mal ein bisschen natürlich ist das Ticket wieder abgelaufen wie immer oh, derjenige ist jetzt ja noch ganz gut Geld warte mal, ich könnte mal schauen ach nee, scheiß drauf, 11 ach Gott so enter geht nicht also, ja, gut ach Gott fly 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 so 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 und da geht das Geld auch dahin ja, ich muss dringend mal hier 130 machen und auch der Ringmaß, der müsste eigentlich dringend 130 werden das wird schon wichtig irgendwie also letztens ausgelacht irgendwie, weil ich ja schon Krypto verkauft habe und da meinten die, oder meinten vier so, oh, wir sind doch gerade am Anfang und so und ich habe so gesagt, so ja, vielleicht sind wir gerade am Anfang und so ich habe ja keine Ahnung ähm und also halt ein bisschen Background ähm ich bin halt auch viel unterwegs und auf so ja, Krypto-YouTube-Channeln und teilt auch Twitter und was weiß ich halt ähm so querfelt einen einfach und naja da meinten die halt irgendwie so, ja, das ist halt voll dumm von dir und äh du bist halt voll viel Geld verlieren oder halt nicht äh an Gewinn machen dann quasi also verlieren dann natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine und ähm habe ich es dann so ein bisschen erklärt, so ja habe halt eben wie gesagt viel investiert und ich habe halt jetzt ziemlich viel Gewinn gemacht und so und halt alles top alles super ich bin damit happy, so ja, ich habe halt äh also ich habe trotzdem schon viel gemacht das waren glaube ich 80 oder über 80% die ich gemacht habe oder sogar über 80% 90% weiß ich gar nicht mehr genau ähm und habe ich jetzt gleich ein bisschen happy weil vielleicht geht halt der Kurs runter vielleicht geht halt auch rauf keine Ahnung, weiß ich nicht und das konnten halt viele überhaupt nicht verstehen warum ich das halt warum ich nicht einfach warte warum ich das schon verkauft habe aber das gewissermaßen lustiger ist das eigentlich also ich kann ja XP kriege ach so da ist nicht mehr Party drin ach ne ich habe nicht mehr Party Skills oh sad life naja ähm konnte ich wie gesagt gar nicht verstehen und so habe ich das ihnen ein bisschen erklärt und naja jetzt geht der Krypto aktuell schon ziemlich ziemlich runter ähm also was heißt ziemlich halt ja wir sind schon ein bisschen wir sind schon ein bisschen unten also ist denn aktuell wo ist Bitcoin momentan 63k bedenkt das hoch war bei 73k das heißt das sind wir jetzt preislich schon schon ziemlich weit unten aktuell Ethereum ist auch bei 3 knapp 3,1 ungefähr und ähm ja war ja auch bei 3,6 3,7 glaube ich sogar also Litecoin war bei 109 aktuell bei 77 und ich denke mir jetzt gerade so ja bist so ausgelacht worden dafür dass du es halt gemacht hast aber so effektiv hat sich es eigentlich dann als doch recht schlau erwiesen irgendwie und ja ich bin tatsächlich doch ein bisschen happy happy weil hätte ich jetzt nicht verkauft dann wäre ich jetzt ja dann wäre ich jetzt nicht so happy dann wäre jetzt äh wirklich dann wäre ich glaube ich mad dann wäre ich echt mad und so kann ich jetzt sagen so ja okay vielleicht vielleicht geht der Kurs auf 100k ja vielleicht habe ich tausende oder zigtausende Euro verloren warte mal werden es zigtausende? ne ich glaube nicht ähm aber halt wie gesagt tausende Euro definitiv und ich bin dann voll angepisst und sage so oh hätte ich bloß nicht verkauft und so das stimmt schon aber das Ding ist mittlerweile bin ich echt so so passiv geworden als ich sage wenn ich einen Gewinn gemacht habe einen guten Gewinn und wenn ich sage okay es ist gerade eine Phase wo es wo es so 50-50 ist ob es höher geht oder niedrig geht dann sage ich einfach so ja okay ich verkaufe aber ganz im Ernst ich ich habe ich habe gewonnen ja ich habe es durchgespielt ähm ich meine ich habe meinen Gewinn gemacht ich habe keinen Verlust gemacht ich habe mir sogar einen sehr guten Gewinn wie gesagt hat er gemacht an die 90% glaube ich und ja ist doch alles ist doch alles super eigentlich das Ding ist natürlich auch immer so ich weiß man weiß natürlich nie mit wie man schreibt es gibt natürlich auch wirklich die Neueinsteiger die sich so denken oh warum verkaufst du jetzt schon du bist noch kein Millionär du musst doch erst verkaufen wenn du Millionär bist ähm die gibt es natürlich auch ähm aber natürlich muss man auch sagen die sind blöd also die haben halt keine Ahnung die haben wirklich kein Plan und das ist immer so ein bisschen die Frage natürlich zöge ich dann auch teilweise ein bisschen und wenn ich dann solche Sachen lese wie so warum machst du es jetzt schon und das ist zu früh und so denke ich mir teilweise auch so könnte was dran sein könnte er einfach schlauer sein als ich ähm ja das ist geht mir schon ein bisschen durch den Kopf aber ähm ja das Ding ist ich meine rein statistisch 76% aller Kryptoanleger verlieren Geld so ich bin keiner von den 76% ähm was schreibt da jemand fuck I can't get in Ragequid ähm die Chance wenn man auf jemanden trifft der halt so gar keine Ahnung hat das glaube ich halt relativ groß und ist natürlich immer so wenn man halt irgendwas tradet es gibt halt immer die Leute die immer alles besser wissen und ja ich glaube auch wirklich so wenn ihr im Traden seid ich also ich werde auch gar nicht mehr so auf die anderen wahrscheinlich also ich glaube es ist das Beste euer größte Feind seid ihr selbst oder besser gesagt oh Gott euer größter Feind oh Gott oh Gott ja reden und trinken super Idee euer größter Feind seid ihr selbst weil die Sache ist ich glaube der größte Feind ist Greed und Greed entsteht im Kopf und äh wenn ihr sagt ich bin Greedy ich will mehr und mehr und mehr und mehr mir reichen 1000 okay jetzt habe ich 2000 nee reichen wir auch nicht mir jetzt 3000 oh jetzt sind wir 3000 das können wir auch 5000 voll machen ich glaube das ist wirklich der größte Fehler den man machen kann und ja dementsprechend ist es einfach nur sinnvoll das nicht zu tun nicht Greed zu sein und zu verkaufen wenn es wenn es gut ist wenn es gut läuft wenn man sagen kann jo jetzt habe ich irgendwie keine Ahnung drei Monatslöhne gemacht oder vielleicht einen halben Jahreslohn oder vielleicht sogar einen Mann-Jahreslohn oder so keine Ahnung ich meine jeder handelt ja mit anderen Beträgen und ich glaube in 100 Dimensionen müssen wir denken und rechnen also wenn es jemand 10.000 investiert hat und er holt dann raus drei Monatslöhne raus also effektiven einen Gewinn von 60 bis 100% irgendwo je nach Lohn halt ähm ganz im Ernst dann verkaufen ja weg damit ich meine es sind drei Monatslöhne und wenn es runter geht hat er halt wirklich super mad auf euch selbst und deswegen ja wenn du schon hast abzuverkaufen weg damit das ist mittlerweile wäre echt so ein bisschen meine Devise irgendwie also außer man man haut es irgendwie auf einen Ledger drauf oder so und du willst einfach Langzeit hodeln und ja kann man auch machen das ist auch eine sehr gute und valide Methode ähm absolut aber muss man auch sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten ähm ja kann halt auch schiefgehen äh alles kann immer schiefgehen ich meine Kryptos generell halt ähm schon äh ja schon sehr volatil und so ähm na muss man eben schauen wie stand die XP eigentlich aus 0,24 die Partie ist leider nicht voll ich schiefe leider aktuell auch noch keins hm ja Geld tropsen und auch so ein bisschen ein bisschen unterdurchschnittlich leider hm nicht so 100% ideal aktuell ja das Ding ist wir müssen halt echt fucking viel farmen ich glaube diesen Engine My Temple muss ich einfach wirklich äh äh ja da muss ich farmen bis ich umfall ich glaube ich glaube darauf wird es hinauslaufen das ist glaube ich die große Problematik dann effektiv warte mal ist es aktuell online oh ist es gerade online ja nicht viele ok jetzt noch weniger aber ähm ja es wird glaube ich darauf hinauslaufen dass wir wirklich da schauen müssen ähm diesen Engine My Temple zu farmen weil nur da kriege ich halt also ich meine Oris Moons ist natürlich schon mal nett nice to have aber halt was halt was bringt antworten 10-15 Millionen ungefähr es ist ne es ist ne scheiß Methode Geld zu farmen in meinen Augen aber nenne ich nicht ne scheiß Methode aber es ist halt ein Dungeon ich weiß nicht wie oft das man die machen kann am Tag ziemlich sicher aber auch nicht so oft und wenn man halt sich dann darauf verlassen muss ist es halt auch wieder so ein bisschen naja hm 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 warum ist denn eigentlich die Karten drauf so unglaublich beschissen also unglaublich beschissen prinzipiell und vor allem einfach mal ungleich verteilt ich meine ich hatte bisher null Firecarts getroppt aber dafür irgendwie 31 Windkarten oder habe ich die geschenkt bekommen aber selbst wenn wenn schon ich meine die anderen Karten die sind ja auch das ist ja auch ein Witz hm hm naja also ich hoffe halt auf alle Fälle dass ich dann schon so machen kann dass sie halt nicht auf deaktiviert stehen wenn ich halt dann das Eye-Level dafür habe ähm ja ich denke halt das wäre glaube ich wichtig genau 4 Level haben wir noch vor uns sagt nicht der Ringmaster aktuell das sagt sagt ich habe kein Cheer für die nächsten 26 Minuten ja auch 26 Minuten der hat 55% momentan ja so ganz optimal ist das auch nicht und ich weiß übrigens immer noch nicht wofür man dieses Spirit Level braucht es ist es ist wirklich mal wieder ja vor allem schauen wir hier wie viel gibt es denn hier es gibt 121 Spirit Level und es steht halt nicht dabei was die bringen was ist das eigentlich für ein Ding Arcadia Domain hm hm hochinteressant ah warte mal 130 bis 130 deswegen deswegen stand da deaktiviert dran ah ok 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 dann müssen wir sowieso lernen naja gut ok dann passt das ja das wird glaube ich schon dann kriegen wir es glaube ich hin 12% schon wieder ja geht fix glaube ich XP ist ein Beweil äh 0,2 nur noch 0,22 statt 0,24 mhm ok das ganze ist ein bisschen uncool also die HP sind gut die HP die werden langsam richtig gut also die gefallen mir schon ein bisschen naja ähm ich würde das mit der Folge wenden war jetzt auf alle Fälle heute mal wieder ein bisschen zwar lehrreich aber jetzt nicht in der Regel oder nicht wirklich ähm was soll ich sagen ähm nicht wirklich produktiv zumindest ich war gut wir haben einen Level Up gemacht das ist nett und es war jetzt zumindest dass ich 130 sein muss und wir wissen jetzt was wir farmen wollen und wir wissen jetzt was wir farmen wollen ja das glaube ich schon ist auch ein bisschen was wert glaube ich naja danke fürs Zuschauen es war dann ont und wir versuchen zu erzählen wir